Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. Wir arbeiten hier immer noch an unserem Pizzaville und ich sehe gerade hier ist noch kein Wasser oder noch kein Strom. Darum werde ich mich jetzt mal eben kümmern, dass hier das ganze Gebiet Wasser hat und bekommt. So. Zack. Zack, 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 zack und zack. So, die haben jetzt Wasser und natürlich brauchen sie noch eine Wasseranbindung. Ich denke, das sollte jetzt aber... Ja, okay. Da haben sie Wasser und natürlich noch Strom. Wobei ich da auch wieder einfach nur hoffe, dass die hier weit genug wachsen. Ja. Äh, dass die irgendwann gleich eine Stromanbindung bekommen. Oder ich baue hier irgendwelche Schulen oder irgendwie sowas hin. Äh, brauche ich aber nicht, brauche ich auch nicht. Also ist alles noch eigentlich im Rahmen. Äh, was ist denn irgendwie hier... Parks. Leiten die Strom weiter? Ja, leiten sie. Sehr schön. Zumindest ist der hier. Oder? Ja. Leiten alle Strom weiter. Sehr schön. Dann hoffe ich schon mal, dass der irgendwie jetzt den Strom hier weiterleitet. Natürlich nicht. Ist klar. Wird ja auch keinen Sinn machen, wenn er das machen würde. Naja. So, äh, dann packe ich hier mal ein paar Büros hin. Und die leiten... Die leiten das dann hoffentlich weiter. Und machen doch irgendwie was. Weil gerade sieht es echt schlecht aus. Gerade sieht es echt nicht so schön aus. Aber, der Kreisverkehr läuft erstmal. Gut, hier staut sich der Verkehr ein bisschen. Das ist doof. Äh, das kann man bestimmt auch ein bisschen besser machen. Aber der Verkehr läuft. Und, äh, ja. Ich habe mir nämlich überlegt, hier vielleicht noch eine Straße durchzumachen. Dass ich die Straße hier erstmal wegmache. Beziehungsweise, die kann ja auch erstmal bleiben. Da muss ich dann nochmal schauen, ob, äh, das vielleicht dann doch vielleicht eine ganz gute Idee ist. Einfach das wegzulassen. Äh, naja. Auf jeden Fall werde ich dann hier wahrscheinlich einfach eine Straße durchhauen. So, natürlich eine schöne Straße. Nicht so eine hässliche, ne. Muss ja auch seine Standards haben. Zack. Und dann hier einfach so eine kleine schöne Straße. Äh, damit die Leute von hier direkt nach da fahren können. Und nicht einfach die ganze Zeit hier irgendwie rumgurken. Ähm. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die... Okay. Zumindest ist das jetzt schon mal besser. Da brauchen die Leute hier erstmal nicht mehr. Hier durch die Stadt, durch New Burger Town zu fahren. Und können direkt, äh, mit... mit dieser coolen Straße einfach direkt fahren. Und, äh, ja, werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Aber es sollte vielleicht sogar den Verkehr ein bisschen entlasten. Sage ich es mal so. Und... Dann... Ja, hier ist ein bisschen Stau. Von hier die Leute, die fahren natürlich dann da oben her. Äh, die haben natürlich jetzt auch... Das Problem ist, ich habe diese Autobahn-Kreuzung. Die ist halt wirklich eigentlich total unnötig. Wenn... Die Leute wirklich nicht, äh, da herfahren. Ja gut, diese zwei Wagen hier, das ist aber jetzt auch nicht wirklich das, was... Ich wollte. Ähm. Aber diese Straße hier bringt erstmal ein bisschen was. So. Und, ähm... Die hat erstmal... Schon mal... Ein paar Dienste... Gut gemacht. Und jetzt... Ist die Frage, ob sich das hier auch lohnt. Aber das werden wir dann ja sehen. Wenn es dann sowas ist. Na, bis jetzt... Gut, es staut sich manchmal noch. Aber das ist erstmal okay. Es ist jetzt nicht wirklich das... Äh... Heftigste. Ne? Aber die Autobahn hier. Holy shit. Ist die voll. Und alle wollen... Ich glaube, das Weiße sind einfach... Traktoren, die zu Tracker... Fahr... Tracker-Start wollen. Das ist krass, ja. Das ist eigentlich gar nicht so groß. Aber gut, hier wollen die Leute natürlich auch hin. Ah, werden wir ja sehen. So, äh... Wie sieht's aus hier in unserem Industriegebiet, was keinen Namen hat? Hier brennt eine Riesenfabrik. Das ist aber okay. Das können sie mal ruhig machen. Oh, die sind voll. Die können dann erstmal entleert werden. So. Also Müll habe ich echt gerade... Fuck große Auslastung. Also... Da, äh... Ist auf jeden Fall einiges los. Ich könnte hier noch eine gute Fabrik hinbauen. Eine gute Recycling-Anlage. Ne? Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und eigentlich... Hm... Okay, ist da irgendwie die Vorfahrtsregel? Ich glaube schon, ne? Ja. Da ist eine Vorfahrtsregel. Okay... Na, lasse ich das erstmal so. Ich könnte natürlich noch irgendwie hier das so regeln, dass die auch noch hier hinkommen. Aber das wäre dann auch schon wieder zu viel, glaube ich. Ähm... Wohl... Ich lasse mich mal was ausprobieren. Wenn ich das hier hinsetze und dann eine Einbahnstraße... Ja... So... So... Sack... Und dann... Dass die dann hier hingeht. Sollte doch funktionieren, oder? Oh... Fuck. Wir haben kein Wasser mehr. Keine vernünftigen Wasseranlagen. Äh... Dann baue ich mal die Küste hier. Oh... Shit. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Äh... Dann baue ich erstmal hier ein paar... Anlagen hin. So. Damit das erstmal hier fließt. Und dann... Noch für das Abwasser. Und das... Packe ich natürlich hier unten hin. Ich darf natürlich... Nirgendwo anders hin fließen. So. Packe ich natürlich auch voll. Zack. Und erstmal sollte das dann laufen. Hoffe ich natürlich irgendwie... Dass das läuft. Aber... Ja. Okay. Wasser ist erstmal geklärt hier. Wir können das Budget noch eben höher setzen. Vom... Wasser. Auf 150. Einfach... Ja. Wir haben ja sowieso... Wir haben doch nicht so genug Geld. Oh shit. Mein Budget geht runter. Hilfe. Ich hatte das vorher auf 120. Ich setze das mal runter auf 115. Einfach... Äh... Damit das hoffentlich reicht. Ich werde dann sehen. Und wie schaut's aus mit meinen... Einnahmen. Okay. Die gehen wieder hoch. Das ist schön. Das ist gut. Äh... Und da stören sie auch nicht. Die Abwasserpumpen. Da stören sie erstmal nicht. Also hier habe ich ja gesagt... Versuche ich noch irgendwie ein... Äh... Ein... Äh... Ein... Ein Downtown hinzubauen. Dass ich dann irgendwie... Mit der Autobahn verbinde. Irgendwie hier noch so eine Straße durch. Direkt mit Highway durch die Innenstadt. Das wäre ganz cool. Also das würde ich auf jeden Fall cool finden. Und auch natürlich Zug dann... Direkt... Mit in Begriffen. An der Hochbahn. Oder irgendwie sowas. Ähnliches. Okay. Und das läuft hier glaube ich... Ganz gut. Ne? Ja. Okay. Äh... Äh... Ähm... Naja. Eigentlich total dumm. Aber... Wat will ich tun? Wat soll ich machen? So. Wie schaut's hier mit dem Verkehr aus? Das sieht eigentlich gar... Oh ne. Warte. Ich sehe gerade... Dat ist hier nicht so schön. Dat ist hier gerade nicht so schön. Der staut sich hier manchmal der Verkehr. Deswegen versuche ich das doch erstmal ein bisschen zu erweitern. Also hier kann der sich ja... Hier hat er ja genug Ausschweifung. Aber... Das stört das Tier. Das ist glaube ich ein bisschen zu kurz. Auch wenn ich dann direkt hier in die... In die Abfahrt von denen gehe. Das ist ein bisschen doof. Aber... Dat muss laufen. Und ich werde auf jeden Fall... Hier eine... Geradeaus only machen. Ja. Damit... Äh... Dat alles hier ein bisschen schneller geht. Ne? Und dann können sie sich hier aufteilen. Na gut. Jetzt haben die... Firmen ein bisschen... Pech. Aber die müssen dann eben verschwinden. So einfach ist es. So einfach ist es. Gut. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach die Straßen entfernen. Aber das wäre zu einfach. Fuck. Na egal. Äh... Gut. Die Firma kann bleiben. Die kann auch bleiben. Das ist ja alles okay. Die auch. Äh... Ne. Hier nicht. Aber die kann... Hier können auch noch Firmen hin. Wenn sie wollen. Ja. Das ist mir schnuppe. Hier auch. Hier auch. Ja. Hier auch. Ich kann eigentlich überall noch Industrie... ...Gebäude hin. Wenn da gerade kein Platz ist. Oder wenn da gerade Feierplatz ist. Dann kann natürlich überall irgendwo noch was hin. Die Frage ist, ob ich das möchte. Und ja. Ich möchte es. Okay. Also die Umgebungsstraße hier. Die ist auf jeden Fall ein bisschen... Auf jeden Fall ein Google-Lungen. Denke ich. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt können wir hier noch ein paar... Äh... Ein paar... Dings brauchen. Ne? Ein paar Shopping-Center. So. Äh... Ist hier noch irgendwo eins? Okay. Da könnte noch ein normales Gebäude hin. So. Sehr schön. Sieht ja auch wieder ganz ordentlich aus. Hier. Alles. Und ich könnte mich jetzt auch noch mal ein bisschen um die U-Bahn schau... Schauen. Die natürlich hier auch... Äh... Sehr... Befragt ist. Ne? Äh... Wo ist denn hier die nächste Station? Ich könnte natürlich hier... noch eine kleine Umsteigestation bauen. Ne? Hier irgendwo... Ne. Hier. Mensch. Warum... Warum so kompliziert? Ich könnte eigentlich hier so und dann da hoch nach Pizzaville... Dann vielleicht nach da oben, nach North Cars Land und dann wieder zurück runter. Das ist glaube ich eine ganz gute Idee. Das fährt so... Der Zug fährt sogar auf der richtigen Spur. Das heißt, hier könnte dann erstmal alles zugeballert werden. Mit einer coolen U-Bahn. So. Natürlich so gut wie es nur möglich ist. Nur auf der Hauptstraße. Hier kann ich natürlich noch etwas hinsetzen. Beziehungsweise ich lieber hier, ne? Lieber hier, so. Und dann hier vielleicht noch. Und dann geht's... Einmal noch hier hoch. Ja. Und dann wär's das gewesen. Startet hier. Neue Linie hinzufügen. Ach, fuck. Tunnel. Ohne Tunnel geht das ja schlecht, ne? Ohne Tunnel kann man schlecht sowas bauen. So. 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 Und hier. Einmal vorbei. Zack und zack. So. Also. Linie fängt hier an. Geht weiter nach hier. 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 Und geht dann rüber nach da. Geht dann wieder zurück. Zack. Und zack. So. Einfach geht dat, ne? Dann... Mache ich noch eine andere Farbe hier irgendwie rein. So. Keine Ahnung. Linie. Komisch. Grün. Oder irgendwie sowas. So. Eine tolle Linie. Und dann hoffe ich mal, dass die hier gut, äh... besetzt wird, ne? Ach, guck mal. Jetzt steigen auch hier die ganzen Dinger auf. Nicht ein. Und... Buslinien wären vielleicht auch nochmal hier eine gute Idee. In Pizzaville habe ich nämlich auch noch nicht. Zuganbindung könnte ich mir nicht vorstellen, dass das hier gut läuft. Glaub ich einfach nicht. Aber vielleicht Fracht, Container, Dings. Das könnte vielleicht hier am Ende ganz gut laufen. Was sollte ich vielleicht machen? Hier eine Autobahn durch und dann, äh, hier hinten Anbindung. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, hier mache ich Industriegebiet hin. Wollte ich ja sowieso. Und... Das passt sonst alles hier. Das mache ich. Ja, komm. Erstmal hier ein Autobahnstück noch hin. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, was ich jetzt hinmachen möchte. So. Ja, ich glaube, das muss noch ein bisschen gerade... Ich glaube, so funktioniert es praktisch. Ne? So, und dann natürlich... Ja, passt schon. Soll jetzt keine Schönheit sein hier. Und dann... So... Zack... 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 Hier vorbei... So... 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 Dann hier eine schöne Kurve... Und das mache ich jetzt auch so... Und das mache ich jetzt auch so... Auch einmal hier so rum... Ganz schön und... Eng, so eng wie möglich... Das wird wahrscheinlich jetzt an einer Stelle sehr hässlich aussehen, denke ich. Sehr doof... Sehr doof... Aber... Es ist okay geworden... Es ist okay geworden, ja... Äh... So... Jetzt brauche ich natürlich... Aber... Ohne Scheiß... Das mache ich in der nächsten Folge... Ich hoffe, ihr habt Spaß... Und schaut morgen wieder rein... Wenn es wieder heißt... Let's Play City Skylines... Wo ich dann endlich... Mein... Äh... Dings fertig mache... Meine Insel hier... Mit ganz viel Industrie... Ui... Sehr schön... Und... Ja... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag... Tschüss...